Es fuckt irgendwie einen ab so ein bisschen. Oh shit. Man weiß gar nicht mehr wo. Guck mal. Direkt gestorben. Auch der andere ist gestorben jetzt. Geil. Boah, Digga. Wie hab ich mich da gerettet jetzt, Bro? Geil, Alter. Ach so. Was geil ist, ich bin eh nur der einzige, der am Leben ist. Wahrscheinlich ein ganzes Team noch am Leben, ey. Digga, es fackt gerade so ab, ne? Ich würde am liebsten die Karte nehmen und mich verpissen, aber geht ja nicht. Bro, bist du eigentlich religiös? Ähm, nicht wirklich. Wieso? Oha, wie viele Füße. Ananas, bist du zufällig auch hier in der Runde? Chat, ich glaub der größte Streamsniper ist Ananas. Nee, wegen den 10 Season, ob das stimmt oder nicht. Fack, Digga, die sind alle irgendwo hier, ne? Wo ist die Karte denn? Die Karte ist oben. Die Karte ist oben. Die Karte ist oben. Die Karte ist oben. Oh shit. Ey Jungs, ihr bewertet mal wie ich spiele, okay? Aber ihr dürft nicht vergessen, ich bin jetzt immer noch ein durchschnittlicher Spieler oder so, ne? Kein Profi oder so. Oh, Bro, stirbt doch endlich, ey. Okay. Oh mein... Digga, seht ihr das? Die haben einfach verlassen. Was für Menschen, Alter, oder? Die haben einfach verlassen, obwohl ich die Karte geholt habe. Ich habe vier Kills. Okay, die zwei waren Bots, scheiß auf die. Und wollt die gerade holen, die sind einfach rausgegangen, Digga. Um Gottes Willen, wie kann man so Scheiße spielen, ey? Alter Schwedel, ey. Oh mein Gott. Flachzang-Söhne, ey. So peinlich, ohne Scheiß. Ich bin jetzt so. Nachdenken. Okay. Vielen Dank.